Jo, ähm, hier wären wir wieder. Ich hab keine Ahnung, äh, wie ich grad stehen geblieben bin. Äh, was ist das? Hänkerslin... Cool. Das find ich cool. Was macht das? Kaiserlicher Abgrund. Okay, das ist auch interessant. Nee. Nee, das ist uncool. Ach, das hab ich ja schon. Okay, okay. Äh, ich hab, äh, zehn Punkte, das heißt, ich kann nur einen. Lieber von oben killen oder von unten killen? Von unten sieht irgendwie spektakulärer aus. Vom Bild her, aber von oben ist eigentlich Cola. Ich find, von oben ist Cola. Die coolen ist es auf jeden Fall oben am besten. Cool, hier kann man... Wie geil ist das denn? Hier kann man irgendwelche Stele auspacken. Äh, äh, ja. Keine Angriffsgegenstände. Und es geht los. Hä, hier waren wir doch schon. Nein! Nein! Ach, hier! Ah! Tinte und Träume. Dann hier durchbreche die Ganze und die Spur des Schattens. Hier geht's jetzt weiter. So, tut mir leid. Karajan muss sich nahe sein. Aber wir müssen ihn trotzdem noch ein bisschen lokalen. So, jetzt, jetzt, jetzt sind wir auch hier richtig. B? Was? Yeah. Yeah. Das ist ja voll geil. Hm. Zeit für ein paar Acrobatik. Use your chain to lower yourself, until you can jump to that ledge. Welche ledge? Achso. Ja, das ist ja wohl kein Problem. Aber ich schaue mir das mal eben an. Die Level ist nicht so weit räumig. Also, es scheint mir nicht so weit zu sein. Ähm, ja. Das Ganze hat fünf Missionen. Ich habe schon zwei. Oder? Nein, das gehört noch ich weiß es nicht. Ah. Äh, von oben geht nicht? Oder wie? Oh! Shit. Falsche Richtung gedrückt. Oh, shit. Ja, jetzt habe ich schon wieder Punkte verkackt, ey. Soll ja aber auch kein 100% Run sein. Das ist ja das ist ja Schwachsinn. Okay. 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 Bei Hunden muss ich also aufpassen. Oh, oh. Mal schauen, wie ich Hunde killen kann. Aha. So. Hätte ich auch schon mal eine Handvoll Leute gekillt. Kann man nur runterklettern. Okay. Hey. Ich will nach oben. So. So. Hä, wo bin ich? Komisch. Aber hier ist ein, ups. Hier ist wenigstens ein Artefakt. Hat sich wenigstens ein bisschen gelohnt hier, dass ich hier bin. Ja, da kann ich nicht hin. Hier ist auch nichts. Ne. Dann muss ich nach unten auf jeden Fall. Ich frage mich, woher der diese Karte hat. Kann noch da noch weiter nach oben. Irgendwie. Es gibt wahrscheinlich mehrere Lösungswege. Ist ja meistens bei Stealth Games. Oh, oh. Zack. Und schon ist er tot. Geräuschloser Mord. Ist hier was? Ist hier was? Naja. So. Schauen wir noch weiter auf die Karte. Der ist schon sehr nah, der Punkt. Und da ist ein Hund. Der Hund scheint auch nicht so das Problem zu sein. Oh, cool. Ich kann ihn da drin verstecken. Ich weiß nicht, ob ich den so killen kann. Doch, kann ich. Lol. Okay, hier drin geht die Post ab. Da drin geht die Post ab. Da gehe ich lieber nicht rein. Da. Ja, 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 ja. Ich weiß nicht, ob ich nichts sehen kann. Uah. Zack. Nehmen wir ihn mal mit. Er hat bemerkt, dass sein Kumpel weg ist. Und das gleiche wird jetzt mit ihm passieren. Das war aber, äh, knapp. So, wo muss ich hin? Noch weiter nach oben. Zack. Und ab nach unten. Das scheint, glaube ich, kein Problem zu sein. Für den Meister-Assassin. So. Karte. Ich muss da nach oben lang. Das war ja mal sehr, ähm. So. Jetzt. Ah, es hat sich aktualisiert. Okay. 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 Und schon ist er tot. Ja, ich, 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 ähm, genieße es ein bisschen hier so, die Leute, äh, zu killen zu können ohne, ohne, ohne Probleme. Oh, okay. Und so. Oh, okay. Noeh. Okay, der ist aber auch ein bisschen schreckhaft, der Typ. Ich weiß gar nicht, wieso es mehrere Gegnertypen gibt, wenn man eh Dings, die mit einem Hit tötet. Oh! Hoffentlich check... Nächster! Kannst du vergessen! Nächster Man Down. Schauen wir uns mal hier ein bisschen um. Ah, hier ist wieder so ein Ereignisraum. Cool! Find ich gut. Find ich gut, das Spiel. So, mal schauen. Ich muss da dran kommen, da sind Lasers. 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 Schauen wir uns das ganze mal an. Oh! Shit, ey! Oh mein Gott! Hier müsste ich relativ sicher sein, ja. Oh mein Gott! Ja, irgendwie... Irgendwie ist das nicht so. Muss ich geduldiger arbeiten hier. Ah, was ist das? Ist das ein Schalter? Ja. 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 Ja.